ja ja wo ist und willkommen zu einer neuen Folge von 12.4 NS hat gerade meine Begrüßung gestört aber scheiß drauf ich bin hinter dir wohin gehst du nein die Axt ist dafür da um zu fliegen der kennt das Spiel noch nicht so gut auf jeden Fall ist das so lange wie es geht auf eine Insel überlegen habe ich mal mit den mit einem anderen schon einmal gezockt wollen die Drachen töten nein du kannst aber wegscheuchen dafür brauchst du einen höheren Kitten den hast du nicht den hab noch nicht und paar andere Leute du könntest es nicht schlagen aber ich glaube das muss nicht viel und du hast auch bessere Rüstung mit so lange überlebt bist du höherer Sprung ja besser oh gott oh gott oh gott lebst du noch machen ja drei Runden okay wie immer turbo turbo mäßig turbo bla 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 rotig ist ja rotig und so versuch so lange wie es geht zu überleben lebst du noch ja du lebst immer versuch gerade hochzukommen Scheißdorf kann doch unten bleiben unten ist sogar besser oder nein ja ein bisschen schauen wo bist du ich okay ich seh dich ich bin hier hallo Hallöle komm hierher wenn ich wenn du dich umbringst ich kann nicht um mich kann die wegscheuchen so und so wichtig Axis hat dafür da zu fliegen doch eine nein ich hab nur verbogen besser wirst du so weißt du besser aber ich glaube man Axis besser wenn es seine Axt nicht so vieles könnte ich immer brauchen ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe kommt schon zwei Leute Koffer noch einer so sterben dann bin ich dritter Platz ich hab sie schafft ich bin im Sprung dritter Platz geworden noch zwei Leute leben du und ein anderer achso du bist tot Geister Apollon aber wir sind du bist zweite ich bin dritter ja man wir sind die Profis man ja man noch eine Runde bis gleich hallo und willkommen bei noch eine Runde von beiden auf den Server wie heißt der Server der heißt der heißt nicht nein der heißt nicht der heißt wenn ich mein Plex weiter genau mein Plex und die IP heißt mein Plex aber egal ich habe die IP auch noch mal auf die Beschreibung und ich doch jetzt mit unterkündigen äh und schon mal ob ich bis zum Ende überleben werde komm und Titanic Spitze was machen die komm hierher und lasst den Screenshot machen ich hab' an ich hab' an ich hab' an pass auf wenn du ins Wasser rein sprichst du auch lebst du noch ja klar komm hierher komm hierher lass Screenshot machen schau nach oben oh da kommt einer da kommt einer pass auf wer ist das der ist geradeaus reingegangen ich hab's überlebt ich hab's überlebt ich bin tot schade ich wollte mit dir einen Screenshot machen aber egal ich wollt's dann Google Plus hochladen ich hab' auf Google Plus oder Facebook verfolgen wir haben auf Facebook und so weiter Aua der hat meinen Arsch mach mal was NS der hat meinen Arsch angefahren oh ich töte ihn oh habt ihr das gesehen alter Harry Kitten zu Chabos wissen weil der Babo ist alter scheiße das weiß ich nicht ich bin den höchsten Punkt den es gibt da geht's höher aber dahin kommt hier nicht da da ich lebe noch fünf oh Gott bitte stirb bitte stirb ich will das alles sterben Mann ich will das erster Platz werden weißt du damit ich gleich nach Hause gehen kann weil ich mag's nicht mit 5 zu spielen oh Gott oh Gott oh Gott so wird neben dir echt? lass' es gut machen ich schau' auf Lust, ok? ok ok das reicht das reicht oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott schau' wo ich bin alter ahahaha machs Ringshot Habe ich gemacht ich habe es überlebt hier so geht das Mann ich bin der Baba Heid und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge in dieser Folge bis gleich mit den lieben Hänkela nein wir müssen ein Ding machen weißt du, Jo Boogie das ist unser ganz am Anfang Statuidiot ach so ja hallo hier da ich lass es einfach drin alles weil sonst wenn wir mitten in der Folge anfangen und das sind was für Loops ne ich bin mal hier hängen geblieben hier drinnen ganz genau hier drinnen und dann kam ich nicht raus dann muss ich doch ein bisschen hängen so chili-mini mit den Bäschen vielleicht gerade bei mir ist ja noch egal ich hab noch zwei Leben Junge red mal bisschen du bist hier voll leise das geht dir gar nicht Enes Enes Ja Enes ich bin jetzt gerade ich sterbe ich sterbe ich sterbe I believe I can fly das Ab eineinhalb Herzen ok warte ich komm zu dir ich bin hier unten ich hab zwei Herzen bist du unten irgendwo ja nein ich bin in der Mitte irgendwie so unter so einem Dach ok ach so I believe I'm vor dir ich bin in der Mitte Richtung ge estoy bist die gründ師 detto ich bin da oben Oh, halbes Herz. Und wo bist du? Oh, ich bin auf so einer irgendwie so einer Luftinsel. Komm, man, da schaffst du noch. Noch fünf Leute leben. Noch fünf Leute leben. Killer ist einer der gefährlichsten Menschen der Welt. Oh, jetzt hat mich schon eine letzte Frage. Warte mal. Nein! Ich hab sie gemacht mit der Axt. Flieg nach oben. Mach mit der Axt nach oben. Geh nicht mehr. Du bist schon zweiter Minimal. Oder nein, du bist, ne, du bist dritter. Hey, wieso bin ich schon so weit oben, Alter? I don't know if I can fly. Man, I don't know if I can touch the sky. Scheiße. Ja, ja, das war's mit Twilby. Ich bin jetzt auch zu sehen zur Lobby gegangen. So sieht die Lobby von diesem Server aus, weil die die Server nicht kennen. Ich bin dritter, naja. Ist Premium Server und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Komm, Server 28. Jo, ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss